In den Noting Vivi News, Lamborghini droppt eine weitere Series ihrer NFTs auf der Vivi App. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop an. Außerdem, was es jetzt mit dem Craft auf sich hat und wann das Ganze jetzt stattfinden wird. Außerdem gehe ich zum Schluss des ganzen Videos nochmal auf das deutsche Vivi Community Treffen ein. Wenn dich das interessiert, bleib definitiv dran. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Willkommen on board, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG und frisch vom Community Update von der deutschen Community. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns auf jeden Fall erstmal die wichtigsten News an, die auf jeden Fall anstehen. Denn es sind auf jeden Fall einige sehr wichtige Sachen mit dabei. Und starten tun wir an dieser Stelle mit einem Announcement, was mich persönlich jedenfalls ein bisschen vom Hocker gehauen hat. Und zwar sind nämlich hier die nächsten Lamborghinis von der Diablo Version bzw. aus der Diablo Reihe. Und das sind insgesamt vier Stück, die wir hier sehen werden. Und das Ganze tatsächlich auch schon heute um 21 Uhr deutscher Zeit. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn jetzt die Diablo Version, von welchem Jahr ist denn das? Die wurden im Jahre 1990 bis 2001 produziert und sind unter anderem ja auch nicht gerade billig, wenn man sich das Ganze mal anschaut. An dieser Stelle sind wir hier bei Autoscout24. Und ja, wir haben hier zum Beispiel einen für 250.000, 500.000, 277.000. Also es ist auf jeden Fall kein billiges Auto, natürlich auch, weil es ein Lamborghini ist und ja, nicht mehr produziert wird, logischerweise. Ja, an dieser Stelle haben wir aber, wie gesagt, vier Collectibles, die wir jetzt hier sehen, werden mit unterschiedlicher Stückauflage. Die Lamborghinis werden auch an dieser Stelle wieder animiert sein bzw. interaktiv sein. Das heißt, dass ihr damit rumfahren könnt, wie zum Beispiel mit eurem DeLorean. Schauen wir uns jetzt aber das Ganze mal an. Wir haben hier an dieser Stelle als erstes eine Uncommon und tatsächlich jeder Lamborghini hat hier als Nummernschild das Vivi-Nummernschild drauf. Das Ganze wird hier bei der Uncommon eine Editionzahl von 1.990 Stück haben. Außerdem wird der Listenpreis pro Blindbox für eine NFT hier 70 Gems betragen. Das Ganze ist natürlich eine First Edition an dieser Stelle, weil wir haben zwar schon Lamborghinis, aber das sind natürlich nicht dieselben, die wir jetzt hier bekommen. Das ist ja eine ganz andere Version, dementsprechend auch First Edition. Dann haben wir als nächstes hier die Rare, die ich persönlich jedenfalls am besten finde von den Farben. Das Ganze wird eine Editionzahl von 1.590 Stück haben, auch natürlich eine First Edition sein. Anschließend haben wir hier die Ultra Rare. Das Ganze wird eine Editionzahl von gerade mal 1.000 Stück haben und natürlich auch eine First Edition sein. Ich persönlich finde den tatsächlich auch noch in Ordnung. Und als letztes haben wir dann hier noch eine Gold-Variante. Das Ganze wird eine Secret Rare sein, natürlich auch interaktiv. Und nur 640 Stück haben an Editions. Das Ganze muss man natürlich auch nochmal so sehen. Hier werden auch mal Editions nochmal abgezogen für Vivi und auch den Licenser. Dementsprechend sind das auch nochmal deutlich weniger Editions als das, was ich jetzt hier euch genannt habe. Nichtsdestotrotz, ich persönlich warte erstmal noch ab. Ich schaue mir den Drop von außen an und werde mir dann wahrscheinlich im Secondary Market die Rare nachkaufen. Schreibt mir auf jeden Fall aber sehr gerne deine Meinung zu diesem neuen Drop in die Kommentare. Würde mich persönlich jedenfalls sehr interessieren. Bleiben wir außerdem mal ganz kurz beim heutigen Tag. Und zwar nämlich beim Craften des Soulstones. Das Ganze wird heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit möglich sein. Ich hoffe, dass es so viele wie möglich hier sehen. Deswegen, falls du hier auf jeden Fall nicht die Glocke aktiviert hast und mich abonniert hast, mach das auf jeden Fall. Weil dann verpasst du nämlich genau solche Announcements definitiv nicht, wenn du kein Twitter hast und so weiter und so fort. Deswegen das auf jeden Fall machen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Wäre das auf jeden Fall burnt. Schreibt mir mal sehr genau unten in die Kommentare, was ihr persönlich burnt. Und ich werde wahrscheinlich hier an dieser Stelle eine Elektra burnen. Anschließend kommen wir zum nächsten Comic, was vor der Tür steht. Und hier haben wir die First Appearance von Rocket Raccoon drin. Für mich persönlich jedenfalls mit einer der coolsten Charaktere aus Guardians of the Galaxy. Und das deutet auch relativ stark darauf hin, dass wir hier auch tatsächlich bald die Guardians of the Galaxy Mighty sehen werden. Unter anderem gab es auch schon einen Post von Randy Chavez. Ich werde den an dieser Stelle auch mal ganz kurz einblenden. Und der auch schon hier an dieser Stelle getweetet hat, dass es in den kommenden Wochen hier auf jeden Fall einen Drop von den Mighty's zu Guardians of the Galaxy geben wird. Das ganze Comic Marvel Preview Hashtag 7 ist das ganze einmal mit exklusiven Rare und auch Ultra Covern. Wird an dieser Stelle am Dienstag, am 9. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das sind einmal die Cover, die wir an dieser Stelle hier sehen werden. Ich finde die mal so gar nicht schlecht. Aber meiner Meinung nach die Ultra Rare wie auch die Rare sind hier wirklich am besten. Auch die Preise halten sich, sage ich jetzt mal so, in Grenzen. Für eine 9.8 gerade mal 6.000 Euro. Man muss an dieser Stelle aber auch ganz klar betonen, wenn man sich anschaut, wie viele hier wirklich auch gegradet sind. Das sind gerade mal 6 Stück. Und wir haben hier tatsächlich auch wieder ein ähnliches Phänomen wie auch bei vielen anderen Comics, wo wir auch hier sehr wenige Editions haben. Und wir haben einen relativ niedrigen Preis, denke ich jetzt mal so im Verhältnis zu vielen anderen Comics. Sieht man auch tatsächlich hier mit höherer Gradezahl sinkt der Preis auch rapide. Das heißt eine 9.0 bekommt man dann schon hier für 800 Dollar. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Preisverfall. Weil dementsprechend für mich persönlich jedenfalls kein Job, den ich mitnehmen werde. Ich werde mir eventuell die Rare und auch Allshare nachkaufen auf dem Markt. Aber kein Job, den ich so aktiv mitnehmen werde. Weil viele gefragt haben, will ich da auf jeden Fall auch mal darauf eingehen. Hey Cap, wie stehst du dazu, dass hier Crypt Toys an dieser Stelle auch Darth Vader rausbringt? Auf Onchain bzw. als NFT rausbringt? Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es hier sehr wichtig ist, dass wir auf Vibi das erste Star Wars NFT bzw. das erste Darth Vader NFT haben. Nichtsdestotrotz wird hier an dieser Stelle auf Crypt Toys die erste Leia droppen, sowie tatsächlich auch Anakin First Appearance. Und dementsprechend, ich persönlich werde diesen Job jedenfalls mitnehmen. Und ich sehe das tatsächlich auch nicht gerade schlimm, weil im Endeffekt ist es etwas, was den gesamten Space einfach nochmal deutlich größer macht. Es ist einfach klar gewesen, dass auch hier an dieser Stelle Disney bzw. Lucasfilm und so andere Lizenzen sich nicht nur auf Vibi konzentrieren werden, sondern auch auf anderen Plattformen vertreten sein werden. Das ist völlig normal, auch im gesamten normalen Markt. Deswegen, ich sehe das persönlich überhaupt nicht so ernst und finde das eher tatsächlich gut. Ich persönlich hätte sie natürlich gerne auf Vibi gesehen, sage ich euch ganz ehrlich, aber im Endeffekt kann ich tatsächlich auch nichts machen. Aber für mich, ich nehme das auf jeden Fall mit und schreib mir sehr gerne unten in die Kommentare, wie du das findest. Aber das auf jeden Fall dazu. Kommen wir nun so ein bisschen zur Auswertung des gesamten Vibi-Deutschlandstreffens. Ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr, sehr begeistert von all den Leuten, die dabei waren, die sich die Zeit genommen haben, den Weg auf sich genommen haben, teilweise aus Kiel, aus sonst woher, etliche Stunden gefahren. Und das tatsächlich nur, um sich mal zu sehen. Wirklich sehr, sehr schön gewesen, mit jedem Einzelnen auch mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, wir haben eine Wahnsinns-Community auf jeden Fall da draußen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon riesig auf zukünftige Projekte, wo wir vielleicht dann auch mal Vibi, je nach Deutschland, bekommen für ein Event. Aber das ist Hashtag Soon. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, es ist eine fantastische Community, es sind fantastische Leute mit dabei. Und jeder hat seine Ansichten, aber nichtsdestotrotz findet man trotzdem immer einen Nenner. Und ich kann nur an die Leute appellieren, die das nächste Mal auf jeden Fall sich überlegen, ob sie auf so ein Event kommen sollen oder nicht. Es lohnt sich definitiv. Einfach nur der Austausch mit anderen Leuten über das Projekt ist schon absolut Gold wert, meiner Meinung nach. Und an dieser Stelle würde ich auch sagen, war es das mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dir ein ganzes Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen-Mittag und Abend. Morgen auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.